Bam Freunde, da sind wir wieder mit den MMA News am Dienstagabend. Isla Dasanya schließt einen fünften Fight gegen Alex Perra aus und irgendwie auch doch nicht. Islam Makachev hält den BMF-Gürtel für einen Titel der Penner und Jon Jones beweist Sinn für Humor. Das und noch einiges mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Der King ist zurück. Falls nicht, er sagt, ich glaube, er hat die Sache hinter sich gelassen. Er sagt, ich selber habe die Sache hinter mir gelassen. Im Endeffekt wollen es nur ganz viele andere Leute sehen. Wir sind weitergezogen und haben einfach diese Rivalität hinter uns gelassen. Er sagt, wenn ich Geld drauf wetten müsste, würde ich sagen, nein, wir treffen nicht nochmal aufeinander. Aber er sagt, vielleicht geben sie Alex Perra so einen schnellen Weg zu einem Titelkampf, wie sie es mit mir selber gemacht haben, bei 205 Pfund. Und ja, dann können natürlich verrückte Sachen passieren. Und wenn er der Champion sein wollte, kann er sich vorstellen, dass die UFC das einfach zelebrieren möchte. Und ich glaube, darüber haben wir ja auch schon ein bisschen spekuliert, den Fight machen möchte. Das Ende der, zumindest beim MMA-Trilogie, fünfter Fight insgesamt. Alex gegen Izzy, der Rückkampf. Dann geht es quasi Champion gegen Champion. Größer kann es fast gar nicht mehr werden. Und ich glaube, dann wirklich einer der größten Fights beim MMA in den letzten Jahren. Aber er sagt, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und wie ich finde, begründet er das durchaus schlüssig. Er sagt, selbst wenn wir jetzt noch zehnmal gegeneinander kämpfen und zehnmal würde ich verlieren, würde mich nicht jucken. Gut, dieses würde mich nicht jucken, da würde ich auf die Doubt-Taste drücken und sagen, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es ihn jucken würde. Aber seine Idee hinter dem Ganzen, die kann ich nachvollziehen. Er sagt, es ging mir einzig und allein darum, auch allen anderen zu beweisen, was ich schon lange wusste, dass ich diesen Typen einfach nur bezwingen, dass ich den einfach nur besiegen kann. Und er geht nochmal die ganzen Fights durch und sagt, beim ersten Mal für ihn hatten es die Judges einfach komplett falsch. Im zweiten und dritten Fight war er auf dem Weg zum Sieg, bis er dann kalt erwischt wurde. Er wusste jedes Mal, ich kann den Typen schlagen und ich werde nicht zulassen, dass meine Geschichte geschrieben wird mit dem Nebensatz, ja, er war super. Aber den Mann konnte er nicht bezwingen, den Mann konnte er nicht besiegen. Und deswegen musste ich mir das einfach beweisen. Er sagt, die Geschichte von Alex ist, der ist ein großartiger Typ, ein super Fighter. Die von ihm ist ebenfalls super, die Story zurückzukommen und dann gegen jemanden, der gegen ihn schon zweimal verloren hat, der dann ein bisschen Trashdog gemacht hat und gesagt hat, der ist irgendwie jetzt ein Typ, der irgendwo in einem Café sitzen wird und Geschichten erzählen wird. Schaut mal, Izzy, den habe ich mal besiegt. Dass der so zurückgekommen ist zum MMA, relativ schnell dann auch einen Titanshot bekommen hat. Er sagt, das ist ebenfalls eine großartige Geschichte. Aber wir können gut koexistieren, wir brauchen keinen fünften Fight. Ich verstehe es, aber ich als Zuschauer möchte natürlich einen fünften Fight sehen, weil ich das Gefühl habe, dann würde es schlussendlich wirklich, ja, einfach ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Auch wenn das durchaus stimmen mag in einigen Momenten, was jetzt Izzy hier auch gesagt hat. Dieses, ich habe so lange gewonnen, bis ich schlussendlich verloren habe. Ja, das haben schon andere Fighter in anderen Fights gesagt. Schlussendlich zählt immer das Ergebnis von einem Fight. Und wenn du zehnmal gegen einen Gegner kämpfst, ne, nehmen wir jetzt ein fiktives Beispiel. Und zehnmal gewinnt er. Und ja, am Anfang war es vielleicht noch, ja, die Punkte, die Punktrichter waren nicht koscher. Dann, ja gut, jetzt hat er mich kalt erwischt. Dann, ja, jetzt hatte ich eine Verletzung. Ja, jetzt war ich im Fight-Camp nicht richtig fit. Jetzt war jenes. Ja, irgendwann stellt man sich auch die Frage, zehnmal und zehnmal ein Zufall kann irgendwo nicht sein. So lange hat es zumindest nicht gedauert, bis Izzy dann auch einen Sieg davongetragen hat. Aber ich würde diesen Fight wahnsinnig gerne sehen. Ich glaube aber, dass Izzy das realistisch betrachtet. Und zwar, dass die UFC so ein bisschen die Nummer pushen wird, wenn Alex dort Champion wird. Und er dann mit Sicherheit auch nochmal drauf schauen wird mit einem anderen Auge. Nicht nur wegen dieser Rivalität, sondern dann einfach auch einen zweiten Gürtel zu gewinnen. Dafür muss natürlich jetzt erstmal Alex Burr ein erfolgreiches Debüt im Halbschwergewicht der UFC feiern. Dann auch noch möglicherweise einen Champion aus dem Weg räumen. Das werden definitiv zwei sehr, sehr schwierige Fights. Aber ich hoffe in jedem Fall, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Weil Hand aufs Herz hat dann schon die letzten beiden Male, als sie gegeneinander gekämpft haben, ein wahnsinnig geiles Spektakel. Auch über Jones hat er nochmal gesprochen in der MMA-Hour und gesagt, ja, ich habe den Typen noch nie getroffen. Ich könnte jetzt also nie persönlich, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, wir sind die besten Freunde oder auch nicht die größten Feinde. Ja, wir haben auf Twitter so ein bisschen hin und her gebieft. Und was er schlussendlich sagt, ist, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Da bin ich gespannt, weil ich habe das Gefühl, allein schon, weil jetzt Minimum eine Gewichtsklasse zwischen den beiden liegt, beziehungsweise nicht Minimum, sondern eine Gewichtsklasse zwischen den beiden liegt, das Halbschwergewicht, die Geschichte ist vorbei. Schwer für mich vorstellbar, dass Izzy jetzt wirklich aufsteigt ins Schwergewicht. Oder dass Jones, nehmen wir mal an, der kriegt jetzt voll auf den Sack im Schwergewicht, dann nochmal das Gewicht abkochen würde, um nochmal runter zu gehen ins Halbschwergewicht. Wenn Izzy nicht ins Schwergewicht geht, wird es diesen Fight nicht geben und da müsste einiges passieren. Also da müsste einiges passieren, dass die UFC es auch schafft. Isola de Sanya, der ja im Halbschwergewicht scheiterte in einem Titelkampf, dann als Bedrohung fürs Schwergewicht aufzubauen. Ich glaube, da muss man als Promoter sich dann definitiv was einfallen lassen. Die Rivalität ist da und beide sind sehr, sehr tolle Entertainer und das würde mit Sicherheit gut funktionieren auf einer Preisekonferenz. Aber ich sehe noch nicht, dass man den Fans rein sportlich diesen Fight als Wow, den müssen wir sehen, verkaufen kann. Darüber will ich gar nicht allzu lange sprechen, sondern vielmehr nochmal über Duplessis. Da hat nämlich Izzy nochmal gesagt, ich werde es manifestieren. Ich will meine Gedanken darauf ausrichten, dass Duplessis diesen Fight gewinnt gegen Whittaker. Damit ich dann, und er sagt, dann will ich keine Ausreden hören. Er will dann im September sofort nochmal kämpfen, dann will er keinen Bullshit hören mit Verletzungen, nicht fit. Dann wird es den Titelkampf geben und er möchte diesen Fight dann haben. Er hat auch nochmal wiederholt, was ihn so an dieser ganzen Nummer stört. Und er sagt, Kolonialisierung hin oder her. Er habe nie darüber gesprochen oder nie in Frage gestellt, dass Duplessis Afrikaner ist. Er hat sich aber selber, ja natürlich kann ich ein Stück weit auch Izzy da verstehen, wenn er jetzt sagt, er hat sich einfach auf den Schlips getreten gefühlt. Und er hat das so empfunden, dass Duplessis seine Herkunft, sein Standing als Afrikader infrage gestellt hat. Er sagt auch noch, seine Blackness, also seine Schwarzheit infrage gestellt wird. Das weiß ich nicht, ob Duplessis das gemacht hat. Aber jetzt geht es ja hier nur um, wie ist das bei Izzy so senderempfängermäßig angekommen. Und Izzy hat es halt so aufgenommen. Dass Duplessis das anders gemeint hat, verstehe ich auch und glaube ich auch. Aber da gab es halt ein kleines Missverständnis in der Kommunikation. Vielleicht hat sich Duplessis auch nicht ideal ausgedrückt. Da hätte er vielleicht einige Sachen direkt deutlicher sagen können. So haben es jetzt viele so aufgefasst, wie er es glaube ich gar nicht gemeint hat. Sondern er wollte einfach nur stolz Afrika repräsentieren und sagt, ich bin immer noch da. Ich lebe dort, ich atme die Luft dort. Ja, das kam halt bei einigen Leuten nicht gut an, unter anderem Izzy. Und im Endeffekt macht er es eigentlich am besten. Er versucht jetzt nicht irgendwie eine Kindergartennummer draus zu machen. Wenn ich den das nächste Mal sehe, werde ich ihm zeigen, wer der richtige Afrikaner ist. Sondern er will das Ganze sportlich klären, da ein Exempel statuieren, finde ich grundsätzlich dann immer gut. Natürlich sollte man am Ende dann trotzdem die Grenzen kennen und auch dazu in der Lage sein, dem anderen da nochmal Shakehands zu geben. Wenn dann sich der Rauch ein bisschen gelegt hat. Aber so einen Konflikt zu lösen, finde ich deutlich besser, als jetzt versuchen, Duplessis irgendwo abzufangen und dem irgendwie so aufs Maul zu hauen. Izzy legt dann natürlich auch immer ein bisschen nach und sagt, wenn wir jetzt so einen Test machen, wo du eigentlich herkommst. Warum sagt er, bei mir würde der Test definitiv Afrika zeigen. Was zeigt er bei Duplessis? Da bin ich auch nicht ganz im Bild. Ich glaube, die Out-of-Afrika-Theorie sagt sowieso, wir kommen alle aus Afrika. Von daher, vielleicht sagt der Test auch was aus, was Izzy dann überraschen würde. Aber es ist ein Thema, was hoffentlich auf der Pressekonferenz weniger um Schwarz und Weiß geht. Sondern, dass dieses Missverständnis da so ein bisschen aufgeklärt wird. Und wir dann einfach einen guten Fight sehen. Zwischen zwei Fightern, die es definitiv drauf haben. Und Duplessis muss es noch ein bisschen beweisen auf dem ganz hohen Niveau. Bei Whittaker bekommt er die Chance. Und ja, ich glaube, Whittaker gönnt man es, weil er ein sympathischer Dude ist. Und man will auch wissen, wie schafft er es beim dritten Fight noch Anpassungen vorzunehmen. Aber wegen dieser Hintergrundgeschichte, ich glaube, Duplessis wäre vielleicht der hitzigere Fight. Wo sich viele darauf freuen würden, weil da sehr viel Adrenalin mit im Spiel wäre. Rein sportlich, glaube ich, Stand heute räumen Duplessis nicht so viele eine große Chance ein. Zumindest nicht größer als Robert Whittaker, hier sie zu besiegen. Islam und vor ihm auch Khabib haben etwas geschafft, was viele andere Fighter auch schon geschafft haben. Aber hier ist es definitiv jetzt auch so. Wenn ich irgendein Zitat lese von Islam in diesem Fall, habe ich sofort die Stimme im Kopf. Wenn ich jetzt hier lese und es fängt an mit Listen, one question, listen, listen, brother, one question. So wie GSP, dass ich die Stimme direkt im Kopf habe mit diesem Akzent, so auch Islam. Also das ist definitiv, das ist was Positives, dieser Erinnerungswert. Es geht um den BMF-Gürtel. Und natürlich äußern sich dann irgendwann jetzt auch mal andere Fighter dazu. Unter anderem Nate hat auch was dazu gesagt, hat gesagt, ich glaube einfach, die beiden Trottel, die sind nicht aus dem Stoff, aus dem man sein muss, um halt um den BMF-Gürtel zu kämpfen. Und deswegen, ja, es juckt mich quasi nicht. Ich weiß da nicht, wo da ein bisschen der Hate in Richtung Gaethje und Poirier herkommt. Ich meine, gut, bei Poirier, da gab es ja immer wieder diese Gerüchte, kämpft er gegen Nate oder kämpft er nicht gegen Nate? Dann kam der Feind nicht zustande, dass er da vielleicht noch eine Spitze raushaut. Aber eigentlich Poirier und Gaethje für mich die besten Repräsentanten für BMF. Einfach, weil es nicht nur, weil es gute Fighter sind, sondern weil die auch immer vom Kampfstil für mich das widerspiegeln, was ich damit in Verbindung setzen würde. Dieses einfach, ja gut, all in und dann finden wir es raus. In der Mitte des Oktagons, wer ist der taffere Typ? Also für mich passen die da ziemlich gut rein. Und Islam hat auch was dazu gesagt, was auch natürlich irgendwo richtig ist. Er hat gesagt, wenn Dustin Poirier Justin Gaethje besiegt und die kriegen dann einen Titleshot, kommen die dann mit dem BMF-Gürtel zu diesem Titleshot? Kommen die dann nach Abu Dhabi mit diesem Gürtel? Er sagt, ich will diesen Scheiß nicht haben. Er sagt, für ihn ist das der Gürtel der Penner. Und er sagt, erste Frage, wer hat überhaupt um diesen Gürtel gekämpft? Wer hat vorher um diesen Gürtel gekämpft? Und der nennt dann Nate und Masvidal. Er sagt, das sind zwei Leute, die nie Champions gewesen sind. Und er sagt jetzt, Dustin und Justin, das sind zwei Fighter, die sind immer gescheitert, wenn die die Chance haben. Also warum sollte ich da irgendeinen Prestige drin sehen, diesen Gürtel zu holen? Dana White sei einfach ein netter Kerl und hat deswegen gesagt, hier komm, habt ihr auch was, um euch zu freuen? Habt ihr auch einen Gürtel, um den könnt ihr kämpfen? Islam sagt ganz klar, ich könnte morgen um diesen Gürtel kämpfen, den gewinnen. Ich will den gar nicht. Eindeutiges Statement und ja, auch das kann ich nachvollziehen, weil Islam hier einfach sagt, es kann in einer Gewichtsklasse nicht zwei Champions geben, einer muss der Champion sein. Das ist eins der Grundprobleme, was auch viele mit dem BMF-Gürtel haben, dass man sagt, das verwässert einfach den normalen Champion-Gürtel. Ich meine, die Fighter haben sich teilweise einfach damit arrangiert und abgefunden, einige ja auch sehr, sehr lautstark, weil die gesagt haben, hey, wenn es dafür Pay-Per-View-Punkte gibt als Champion, soll mir das egal sein. Also dann mache ich mir egal, welchen Gürtel ihr euch ausdenkt, schnelle ich mir um die Hüften. Natürlich ist jeder Gürtel ausgedacht, aber es macht Sinn, den einen zu krönen in dieser Division. Wenn dann plötzlich noch ein anderer rumtun mit irgendeinem Gürtel, ja, dann ist es halt schon ein bisschen fragwürdig. Andere Fighter, anderes Mindset. Manche Fighter sagen auch, ich will alle Gürtel haben. Das hat Dustin jetzt gesagt. Dustin hat ja gesagt, ja, vielleicht natürlich auch, um sich das selber ein bisschen schüren zu reden, aber ich will alle Gürtel. Interim habe ich schon, ich will den BMF und dann will ich natürlich auch den richtigen Gürtel haben. Aber dass so viele auch über The Real Belt sprechen, zeigt natürlich, dass immer noch der Gürtel, den aktuell Islam hat, das ist der Titel, den alle haben wollen. BMF, netter Marketing-Gag, vielleicht auch für Fightern, die irgendwann nicht mehr unbedingt die Chance haben, ins Titelgeschehen einzugreifen, dass man sagt, komm, kannst du meinen. Also so ein Donald Cerrone wäre für mich auch so ein Fighter gewesen, wo ich gesagt habe, hey, der hätte um diesen Gürtel, definitiv auch kämpfen können. Der Marktwert von diesem Gürtel ist natürlich nicht derselbe, das hat Islam hier nochmal mehr als deutlich betont, aber ist auch eine gute Steilvorlage, wenn Dustin oder Justin irgendeiner den Gürtel holt und dann irgendwann seinen Titleshot bekommt und spinnen wir mal um und wirklich dann auch gewinnt, dann kann man natürlich direkt sagen, siehste, ist der BMF-Gürtel wohl doch keiner aus dem McDonald's Appimiel. Passt vom BMF-Gürtel sehr gut als Überleitung, wir sprechen nämlich über Jorge Masvidal und er hat über die Bezahlung in der UFC was gesagt und einmal konkrete Summen genannt und auch etwas über die Versicherung und das ist eine Frage, die auch häufig mal wieder bei Fragletz Fight gestellt wird, wie sieht es da eigentlich aus und Masvidal beleuchtet die Nummer zumindest so ein bisschen. Einmal über die Bezahlung, sagt er, sein höchster Zahltag in der UFC, bei einem einzelnen Fight, sei für einen 25-Minuten-Fight, das räumt er ein, 5 Millionen Dollar gewesen. Jetzt hat er nicht so haarklein aufgedröselt, ob da die Pay-Per-View-Punkte dabei gewesen sind, ob das einfach nur die garantierte Summe schon gewesen ist oder halt ob insgesamt alles mit reinkam, mit Sponsorengelder, Pay-Per-View-Punkte, whatever. Ich glaube eher, dass Pay-Per-View-Punkte mit eingerechnet waren. Wenn ihr mich fragen würdet, Pistole auf der Brust, welcher Fight ist das wohl gewesen, würde ich sagen, als er relativ kurzfristig gegen Kamaru Usman eingesprungen ist, so ein bisschen, um vielleicht den Titelkampf auf der Karte zu lassen, kann ich mir denken, dass die UFC da noch etwas tiefer in die Tasche gegriffen hat. Vielleicht war es auch der BMF-Gürtel, weil man da so ein Riesenspektakel, auch ein Main-Event draus gemacht hat. Immer wenn Pay-Per-View-Punkte dazukommen, kann das natürlich sein, dass man garantiert gesagt hat, du kriegst, keine Ahnung, 3 Millionen und durch die super Pay-Per-View-Einnahmen kam da noch so viel Kohle mit rein. Genau weiß ich das natürlich auch nicht, aber insgesamt 5 Millionen Dollar und das für jemanden, der jetzt nie wirklich den richtigen Gürtel gehalten hat und nie, weiß ich nicht, lange verteidigt hat, der zwar durchaus die eine oder andere Chance hatte, aber 5 Millionen ist, glaube ich, schon da ein ganz guter Zahltag, den Masvidal bekommen hat. Vielleicht nicht so viel, um leichtfertig irgendwelche Fights gegen Jake Paul abzulehnen, wie er ja mal gesagt hat, das ist Kleingeld für mich. Ich glaube schon, dass er auf so einen Zahltag immer noch schielt. Und die andere interessante Nummer, die er rausgehauen hat, die betrifft die Versicherung. Und er sagt, die UFC kümmert sich gut um die Fighter, was irgendwelche Arztrechnungen betrifft. Er sagt, wenn irgendwas passiert bei der Vorbereitung für diesen Kampf oder es passiert irgendwas während des Events oder irgendwas, was das Gym betrifft, also die Kampfvorbereitung, das Training, Sparring, whatever, darum kümmert sich die UFC. Man habe jetzt nicht irgendwie eine Zahnzusatzversicherung oder irgendwelche anderen Sachen. Wenn es sich aber wirklich um Verletzungen handelt, die irgendwas mit Kämpfen oder mit Training zu tun haben, würde sich die UFC hervorragend um die Fighter kümmern, die unter Vertrag stehen. Und das ist, finde ich mal, so eine wichtige Info, dass die Fighter offensichtlich nicht komplett allein gelassen werden. Wobei jetzt natürlich auch die Frage ist, kümmert man sich da nur um die Zuchttankste im Stall, dass man sagt, nur die, die gute Pay-Per-View-Punkte bringen, die Stars. Oder sagt man auch, wenn sich jetzt ein Fighter, der sonst auf den Prelims unterwegs ist und 8.000 Dollar bekommt, wenn der sich jetzt irgendwie bei einem Training, vielleicht auch außerhalb von einem Fight-Camp, einfach so bei einem normalen Sparring den Knöchel bricht, dass man sagt, keine Sorge, Junge, komm zu unseren Ärzten, wir kümmern uns drum. Ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, dass die UFC das macht, um so eine gewisse Sicherheit zu gewähren, dass das beim Event selbstverständlich sein sollte, dass die Fighter, also stellt euch mal vor, im Anschluss an Fight, ein Kämpfer hätte eine Gehirnschütterung oder ein Zahn raus und die UFC sagt, ja gut, Pech gehabt. Ich glaube, da gab es ja mal mit Burnett irgendwie so eine Nummer, dass der irgendwo abgesetzt worden ist vor der Notaufnahme oder mit einem Taxi da hinfahren musste. Das sind natürlich Sachen, die gehen nicht für mich. Also da so eine Multimillionen, Milliarden Firma wie die UFC, da muss klar sein, im Anschluss werden die Fighter von der UFC oder von einem Krankenwagen sofort abtransportiert, erstklassige medizinische Versorgung bekommen die. Das wäre sonst Zirkusliga, wenn es anders laufen würde. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich meine, nun, es ist jetzt im Ruhestand, aber dieses Hin und Her, wenn es irgendeinen Fight geben könnte, der sie doch nochmal rauslockt aus dem Ruhestand, dann vielleicht wirklich ein Fight gegen Peña. Da doch nochmal diese Motivation zu finden, vielleicht, falls Peña Champion werden sollte. Da gab es jetzt einige widersprüchliche, oder was heißt widersprüchliche, einige Aussagen, die jetzt gegeneinander stehen. Peña sei kurz davor gewesen, den Käfig zu stürmen. Hat sie gesagt, mehrmals hatte sie das Verlangen aufzustehen. Sie war ja im Publikum. Ich gehe davon aus, dass man da durchaus irgendwas inszenieren wollte, dass da eventuell eine Konfrontation ist und man den nächsten Fight abmacht. Vielleicht ist deswegen auch Amanda Nunes im Anschluss direkt zu Hunter Campbell und Dana White gegangen und hat beiden noch ein Küsschen auf den Stirn gegeben, aber vorher gesagt, ich werde jetzt zurücktreten, also versuche vielleicht nicht noch irgendwie Drama hier zu machen jetzt mit Peña. Und der Coach von Peña hat auch gesagt, nein, lass sie, das ist jetzt ihr Moment. Finde ich gut, dass sie da nicht reingestürmt ist, das wäre unpassend gewesen. Während Danunes gerade ihren Rücktritt verkündet mit Gürteln und mit Handschuhen auf dem Boden, wenn Peña jetzt reingekommen wäre. Danunes hat nochmal auf der Post-Fight-Pressekonferenz ein bisschen nachgelegt und gesagt, ich bin jetzt zurückgetreten, weil ich gegen Aldana, gegen eine neue, frische Gegnerin gekämpft habe. Hätte ich gegen Peña gekämpft und sie heute besiegt, das war ja eigentlich der Plan. Ich kann nichts dafür, wenn sie nicht richtig trainieren kann und sich dabei verletzt, dann wäre ich nicht zurückgetreten. Ich will nicht mit einem Sieg gegen Peña zurücktreten, sondern halt gegen eine frische Gegnerin. Dann hätte ich danach auf jeden Fall noch einmal gekämpft. Gut, kann man jetzt natürlich so sagen, sie haut auch raus und sagt, sie glaubt nicht, dass Peña das Zeug hat, nochmal Champion zu werden. Sie haben einfach nur Glück gehabt im ersten Fight gegen sie, das wissen sie selber auch und ja, das wird sie nicht wiederholen können. Wenn sie gegen Aldana kämpft, dann wird sie wahrscheinlich verlieren gegen Aldana. Peña hat natürlich zurückgefeuert und auch gesagt, die beste Fighterin ist sie nicht, die beste Fighterin für mich bin ich selbst. Da habe ich schon wieder einige Meme-Seiten gesehen, die Statistiken ausgekramt haben, wie viele Siege Peña gegen aktuelle UFC-Kämpferin hat und das sollen wohl null sein. Ich habe jetzt nicht Fakten gecheckt, sollte man ja immer vorsichtig sein, aber da haben viele Fans eine andere Meinung. Gut, ihr Selbstverständnis sollte natürlich schon sein. Sie ist eine Top-Fighterin, sie hat Amanda Nunes schon bezwungen. Ich würde auch gerne einen dritten Fight sehen, obwohl ich glaube, dass Nunes relativ eindeutig diesen Fight gewinnen würde, aber einfach damit es eine abgeschlossene Nummer ist. Es steht jetzt 1 zu 1, beide sind noch in ihrer Prime. Das heißt, man kann so ein Fight machen. Es gab einige Gelegenheiten, da konnte man es vielleicht nicht machen. Wenn ich jetzt gucke, GSP fällt mir da ein. GSP hat ja auch zweimal gegen Matt verloren. Da hat man auch keinen dritten Fight gegen Matt Serra zum Beispiel gemacht, dass man sagen könnte, hey, okay, jetzt ist es irgendwie eindeutig, weil wahrscheinlich viele davon ausgegangen sind. Geht genauso aus wie beim zweiten Fight. Aber hier würde ich es gerne sehen und ich habe das Gefühl, dass Amanda Nunes, wenn sie sich zurücklocken lassen würde, so für einen letzten Fight, dann gegen Peña. Falls jetzt Peña wirklich es schaffen sollte, den Titel zu holen, Champion ist und weiterhin lautstark Nunes herausfordert, dann kann das, glaube ich, eine Gelegenheit sein. Und ich denke, die UFC, Dana hat es ja gesagt, man verliert sie ungern. Ich weiß nicht, wie gute Zahlen Nunes wirklich reinholt bei den Pay-Per-Views, aber das ist ein Szenario, was ich mir durchaus vorstellen kann. Und es gibt nicht viele hitzige Rivalitäten beim Frauen-MMA. Peña gegen Nunes ist definitiv eine davon. Zeit, mal wieder etwas Aufmerksamkeit oder auf sich selber Aufmerksamkeit zu richten. Dachte sich, Iri Pukaska hat nochmal einen kleinen Social-Media-Post gemacht und erinnert alle nochmal dran. Heute, vor genau einem Jahr, bin ich Champion geworden und ja, er sagt, um es relativ kurz zu machen, ich werde bald wieder Champion sein und es wird einen Kampf geben und dieser, also es wird sauber und eindeutig sein, dieser Kampf wird eine Freude. Dazu noch einige Samurai-Bilder, die er gepostet hat. Pukaska gibt kein richtiges Update, sondern nur ein bald und in ein paar Monaten und genau da sind wir eigentlich am Knackpunkt, denn auch Hill hat sich geäußert und der sagt ganz klar, ich höre immer nur, ich habe vor einiger Zeit gehört immer so Sommer, jetzt um Sommer, jetzt reden wir schon von ein paar Monaten weiter hinten. Ich sage ganz ehrlich, das ist, ich mag es nicht, mich so nach dem Zeitplan von anderen Leuten zu richten, ich habe meinen eigenen Zeitplan und das dauert mir alles viel zu lange. und er sagt da jetzt auch nicht eindeutig, wen er haben möchte als Gegner, er sagt, wer auch immer als Nächster an der Reihe ist, wer es schafft, quasi seinen Kopf aus der Menge herauszustrecken, gegen den möchte er kämpfen, aber dieses Abwarten, hat er keinen Bock drauf. Kann ich bei Hill verstehen, er ist fit, er ist bereit, er ist Champion, er sagt, er will noch zweimal kämpfen dieses Jahr und wenn Pocasca jetzt Stand heute im Juni sagt, in ein paar Monaten, gut, ein paar Monate sind Minimum zwei, könnte man dann eventuell noch mitleben, falls es im Juli oder im August soweit sein sollte, ich glaube, da ist die Planung bei einigen Gewänds aber schon weit fortgeschritten, dann reden wir vielleicht über September, Oktober, zähneknirschend würde Hill das wahrscheinlich auch noch in Kauf nehmen, aber alles danach ist, glaube ich, schon ein bisschen zu lang, dauert ihm zu lang, das konfrontiert sich dann oder das fährt einfach gegen seinen Zeitplan, dass er noch zweimal kämpfen möchte in diesem Jahr und ich freue mich über aktive Fighters, über aktive Champions, ich glaube, das sollten wir alle tun, es ist einige gibt, die sagen, ich habe keinen Bock rumzusetzen, ich will den, dann hätte er ja dreimal insgesamt gekämpft in diesem Jahr, finde ich sehr löblich für einen Champion, ich glaube, dass sich natürlich die UFC irgendwo auch daran orientiert, wie fit ist Pocasca und wenn der jetzt sagt, 100 pro, ich kann kämpfen und unterschreibe und das findet im September, Oktober statt, macht man es, aber ich habe auch das Gefühl, dass Blachowitsch gegen Perda so eine andere heiße Partie sein könnte, wer dort diesen Kampf gewinnt, UFC 291 meine ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, der hat, glaube ich, sehr, sehr gute Karten, einen Title Shot zu bekommen, bei Jan, ehemaliger Champion, knappen Fight gegen Anka Laev gehabt, Anka Laev, der könnte so ein bisschen hinten rüberfallen, weil der jetzt keinen Fight hat, der angesetzt ist, Blachowitsch hat jetzt das Beste daraus gemacht aus diesem Unentschieden, ist aktiv gewesen, begrüßt jetzt einen sehr gefährlichen Mann in dieser Division, also ich kann mir das bei Blachowitsch sehr gut vorstellen und bei Alex Pereira, da ist natürlich auch die Geschichte da mit seinem Mentor, mit Glover Teixeira, der von Hill entthront worden ist und ja, jetzt möchte er halt Revanche nehmen für seinen Meister, sage ich es jetzt einfach mal und dann natürlich Hill am liebsten auch auslocken, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Szenario ist, was der UFC sehr, sehr gut gefällt, dann hätte man mit Alex Pereira auch einen Fighter, den die Fans einfach gerne sehen, ich glaube, der auch keinen langweiligen Kampf mit hat, bisher hatte in der UFC und vielleicht, vielleicht denken wir jetzt auch zu weit, vielleicht sagen einige Paco, bevor du schon an die 17. Kreuzung denkst, wo du links abbiegen willst, konzentriere dich doch erstmal auf dein erstes Stoppschild, sonst überfährst du das und wirst dann von einem anderen gerammt, aber Alex Pereira gegen Israel Adesanya ist glaube ich schon so eine Idee, die der UFC gefallen würde und wenn da noch ein Titel mit auf dem Spiel steht, es können da einige Leute einen Strich durch die Rechnung machen, Blachowitsch kann jetzt einen dicken Strich durch die Rechnung machen, dann könnte es Hill machen, aber in der 17. Kreuzung ist die Nummer vielleicht doch nicht entfernt, also ich glaube, das könnte ein interessanter Fight sein, außer Prokaska hat jetzt wirklich die Wunderheilung und sagt, ich bin fit, ich bin bereit, ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass Prokaska sich eventuell noch etwas hinten anstellen muss, je nachdem wie Blachowitsch gegen Alex Pereira ablaufen wird. Ist der Fight eigentlich ein bisschen so was wie so eine urbane Legende, dass wir alle denken, der Fight kommt auf jeden Fall und irgendwie ist doch nichts unterschrieben und der kommt gar nicht. Ich rede von Shimaev gegen Usman und da hat Dana ja bei der letzten Pressekonferenz auch gesagt, das sind Fake News, ich glaube, das war ein bisschen mehr auf das Gewicht bezogen, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass beide Fighter wollen, warum sollte man die Nummer nicht machen in Abu Dhabi im Weltergewicht? Und Rachmaninoff, der wurde jetzt ebenfalls schon ein bisschen her, schon zwei, drei Tage alt, wurde interviewt und gefragt, so würdest du gegen den Sieger kämpfen? Und er sagt, ja selbstverständlich, ich kann euch nicht sagen, wer gewinnt, ich kann da jetzt keine Prediction abgeben oder ich habe da kein Gefühl, aber natürlich, ich bin bereit, gegen den Sieger zu kämpfen, egal wer der Sieger ist. Es gibt Gerüchte, dass er gegen Usman kämpfen soll, er sagt, da kann ich nicht sagen, dass da irgendwas dran ist, also er und sein Management, wir haben darüber nicht gesprochen, das wurde nicht diskutiert. Man muss irgendwo nicht nur aktiv im Käfig bleiben, sondern auch außerhalb und sich selber immer etwas im Gespräch halten, das klappt halt gut über Social Media oder über solche Interviews, dass auch die Fans einen nicht vergessen und es wäre eine Schande, wenn viele Fans, auch Gelegenheitsfans, Rachmanov vergessen würden, aber mich wundert es wirklich, dass bei Shimaev und bei Usman so scheinbar kaum Bewegung drin ist. Woran hapert es? Das ist die Frage, die ich gefühlt hier einmal im Monat stelle. Woran hapert es? Wo ist der kleine Stein im Getriebe, dass man da nicht einfach sagen kann, wir machen diesen Fight? Unterschreibt bitte. Ist es ein Visa-Problem? Ist es ein Problem, dass einer nicht kämpfen will? Kann ich mir nicht vorstellen. Beide haben öffentlich gesagt, ja klar, den Fight will ich machen. Das ist ein Fight, der auch für beide Sinn macht. Usman könnte damit einen brandgefährlichen, ungeschlagenen Gegner abwehren. Allen zeigen, er hat es definitiv noch drauf. Shimaev könnte einen ehemaligen Champion, was für ein Champion, superdominanten Champion, auf seine Liste von besiegten Gegnern draufsetzen. Das ist eigentlich ein No-Brainer, diesen Fight zu machen. Da wüsste man, ob Shimaev das Gewicht schafft oder nicht. Auch Rachmanov als nächster Gegner gefällt mir für beide sehr gut, wobei ich glaube, der Sieger davon wird wohl eher einen Title-Shot bekommen. Aber irgendwas muss passieren. Und auch an Usmans Stelle würde ich sagen, okay, wenn es bei Shimaev nicht funktioniert, warum auch immer, Rachmanov ist eine sehr, sehr gute Alternative Wahl. Ebenfalls ungeschlagen, ebenfalls ein absoluter Killer. Da würde Usmans ansehen oder der Beweis, ich habe es immer noch drauf, ich gehöre nicht zum alten Eisen, definitiv auch nach oben gehen, das Ansehen. Der Marktwert würde wieder weiter steigen und vielleicht ist dann auch wieder ein Title-Shot gegen Neon Edwards. Interessant. Gerüchte, ja. Und ich habe es gerade gesagt, diese urbane Legende, irgendwie in meinem Hinterkopf ist es so, ja, die kämpfen bald. Aber unterschrieben ist nichts und es gibt auch noch kein so handfestes Gerücht, dass auch die UFC ganz klar das schon irgendwo ankündigt und sagt, ja, mündlich ist schon irgendwie zugesagt worden. Woran hapert es? Damit kommen wir zum Blitzlicht. Mehreren kurzen Nachrichten. Wir fangen an mit Miami-Verbot für Conor McGregor. Darauf hat jetzt Masvidal reagiert, dass er da das Maskottchen ausgenockt hat. Er hat gesagt, das war kein gutes Omen und deswegen wurde auch das NBA-Finale verloren und McGregor hat ab jetzt Miami-Verbot. Erinnert mich so ein bisschen an NRW-Verbot. Ich weiß nicht, ob sich da Conor großartig dran halten wird. Auch das ist eine Nummer, ich kann mir nicht vorstellen, dass Masvidal wirklich komplett mit beiden Beinen raus ist aus der Tür. Wenn Conor da nochmal anklopft und sagt, ja komm, machen wir einen Fight, egal wo. Burnacle, MMA, Boxen. Ich glaube, Masvidal würde so schnell unterschreiben, da würde das Papier in Flammen aufgehen. Und wo wir schon bei Conor sind, da hat John Garty, der Dritte, Unterstützung angefordert. Hat halt gesagt, so Mayweather, du bist jetzt ein Feind fürs Leben für mich und in Richtung McGregor. McGregor, wir brauchen Unterstützung. Der hat auch direkt gesagt, ich bin dabei, ich unterstütze die Familie Garty. Ich weiß nicht, wir sind ja nicht bei GTA. Also, was für eine Unterstützung, was für ein Feind fürs Leben, was soll jetzt da passieren? Also gibt es jetzt den großen Überfall im Hause Mayweather mit dem Mafia-Clan von John Garty? Ich weiß es nicht und welche Rolle spielt da McGregor? Also, wenn ich mir auch manchmal so ein paar Sachen anschaue und auch jetzt, wenn ich noch dieses Outfit von McGregor bei den NBA Finals habe, so der GTA-Vergleich, der passt manchmal doch ganz gut. John Jones hat Sinn für Humor. War bei einem Meet & Greet, also einem Treffen mit Fans, ein bisschen quatschen, ein Foto machen und da haben zwei junge Fans plötzlich die Shirts ausgezogen. Darunter waren andere Shirts mit dem Muck-Shot, also mit dem Verbrecher-Bild von John Jones und Jones hat gelacht. Jones hat gelacht und es denen nicht übel genommen. Das Foto gab es trotzdem. Ein bisschen umarmt, ein bisschen Shake-Hands, natürlich auch ein paar Gesten gemacht, so mit dem Finger nach unten, aber grundsätzlich ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Gut, war jetzt vor der Kamera, wenn du das vielleicht ohne Kameras machst, weiß ich nicht. Es gab damals einen Fan, der wollte, dass Rashad Evans auf dem Shat-Face unterschreibt. Das war der Blick von Rashad Evans, als er ausgenockt wurde, ich glaube von Leoto Machida und dann auf dem Boden lag und das hat ein Fan ausgedrückt und zum Unterschreiben mitgebracht und da war Rashad not amused. Da hat er keinen Bock drauf gehabt, hat das Ding zerrissen und bringt den bloß weg von mir. Gut, hier hat Jon Jones jetzt keinen Ärger gemacht, Sinn für Humor bewiesen. Jones ist häufig ein sehr großer Troll und wenn man es ihm dann so ein bisschen, sagen wir mal, mit barer Münze zurückzahlt, kann er manchmal so einen Gag auch annehmen. Finde ich gut, dass er das mit Humor genommen hat. Gehen wir nochmal in den Boxsport, wenn wir es so bezeichnen dürfen. Ich will es nicht YouTuber-Boxen nennen. Scheinbar gibt es einen 10-Runden-Kampf zwischen Nate und Jake Paul. Ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, das sind 10 Runden. Eigentlich, wenn ich irgendwo lese, Boxkampf, nennt mich Oldschooler, aber ich denke dann immer an 12 oder 15 Runden. Sei es drum. Das war wohl für 8 angesetzt. Nate wollte jetzt unbedingt 10 Runden haben. Jake sagt, okay, dann machen wir 10. Es gab schon Gerüchte, ob irgendwie der Kampfort verlagert wird wegen so einer Marihuana-Geschichte von Nate, dass er nirgendwo kämpfen wollte, wo das verboten ist. Scheinbar werden ihm die ganzen Wünsche allerdings gewährt. Soll er einfach so lange weiter Sachen einfordern, bis wir am Ende einen MMA-Fight haben. Das wäre, glaube ich, der Idealfall. Im August kämpfen beide, glaube ich, gegeneinander. Hype wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich bin schon neugierig. Bin aber irgendwie skeptisch, ob der Fight wirklich zustande kommt. Und zum Abschluss, das ist wirklich geschehen. Alex Barreau und Sean Strickland haben, ich sage jetzt einfach mal, zusammen trainiert, auf jeden Fall zusammen ein Foto gemacht. Im Gym, in Kampfmonitur und, ja, Monitur, Kampfmontur. Und ich bin, ich wäre neugierig auf das, auf das Videomaterial. Weil Strickland ja dafür bekannt ist, schon nicht all in zu gehen, aber ordentlich zuzuhauen beim Sparring und da hätte ich gern gewusst, ob er es bei Alex auch gemacht hat. oder ob er da ein bisschen die Handbremse angezogen hat, weil er jederzeit weiß, oh oh, wenn der große Brasilianer ernst macht, dann können ganz schnell die Lichter ausgehen. Spaß beiseite. Finde ich cool, dass es Fighter immer wieder schaffen, auch wenn die gegeneinander Wettbewerber waren und der eine den anderen ausgenockt hat. Dazu sagen, lassen wir hinter uns und wir trainieren zusammen und lernen voneinander. Diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden. Danke, bedanke mich wie immer sehr fürs Zuschauen. Passt auf, bis demnächst und let's fight. Das ist es.